Die Welt um uns ist voller Gegenstände. Sie werden erkennbar durch ihre Form, die aus Ecken und Kanten besteht, die wiederum zeigen sich durch eine Änderung von Farbe und Kontrast. Um anhand der vielfältigen visuellen Signale auch nur eine einfache Grundform zu erkennen, sind große Teile des Gehirns gefordert. In unserem Beispiel fällt das Abbild einer dreieckigen Serviette auf die Netzhaut. Entsprechend reagieren dort die Photorezeptoren. Deren Signale werden über die Sehbahn zum primären visuellen Kortex geleitet. Etwa eine Million Zellen senden aus dem Auge. Etwa 200 Millionen Nervenzellen übernehmen im Kortex die detaillierte Analyse. Sie reagieren zum Beispiel auf ganz bestimmte Winkel. Das ist die erste Stufe einer Objektanalyse. Fortgeführt wird die visuelle Wahrnehmung schrittweise auf der sogenannten Was-Bahn.